Prozess-Management-Bullshit-Bingo. Meine absoluten Lieblings-Killer-Phrasen gegen jegliche Art von Veränderung. Liebevoll zusammengetragen aus den verschiedensten Projekten, in denen ich involviert war. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Wenn irgendetwas nicht rund läuft, liegt es mit meiner größten Wahrscheinlichkeit an der Organisation der Abläufe. Also an den Prozessen. Aber statt sich dem Problem zu stellen und die Abläufe mit Prozess-Management zu verbessern und in den Griff zu bekommen, bekomme ich immer wieder wunderbare Killer-Phrasen an den Kopf geworfen. Die schönsten habe ich in diesem Video für Sie zusammengetragen. Wir haben keine Prozesse, sondern nur Projekte. Aha! Und wie man so ein Projekt aufgleist und managt, das ist kein Prozess. Und dazu gibt es keine bewährten Vorgehensweisen. So von der IPMA zum Beispiel, der vermutlich wichtigsten Projektmanagementverband. Ach, und Buchhaltung oder Auftragsakquise wie Anfrage aufnehmen, Angebot legen, Vertrag verhandeln, Auftrag gewinnen. Das sind auch keine Prozesse. Alles klar! Wem IPMA nichts sagt, in der Videobeschreibung finden Sie einen Link für mehr Infos zum Thema im Bereich Projektmanagement sicherlich mal gut zum Reinschauen. Das haben wir schon immer so gemacht. Ein Klassiker. Deswegen ist das Ergebnis und die Effizienz des Prozesses schon immer so, wie sie eben ist. Manchmal kacke, manchmal ausbaufähig. Übrigens, wie ist sie denn, die Effizienz von dem Prozess? Das kann man nicht messen. Oh, es gibt keine Möglichkeit, das Ergebnis des Prozesses oder das Verhältnis von Aufwand zu nutzen, wahrzunehmen oder zu beobachten. Nicht mal mit einfachen statistischen Stichproben? Das muss wahre Magie sein, die hier passiert. Zum Thema Messen habe ich übrigens hier ein nettes Video. Für diejenigen, die sich vielleicht doch mal mit Fakten statt mit Bauchgefühl beschäftigen wollen. Wir müssen erst warten, bis XYZ eingeführt ist. Ersetze XYZ durch den Namen irgendeiner beliebigen Software. Es wird immer irgendeine Software eingeführt. Und wenn man darauf warten wollte, seinen Prozess zu verbessern, bis es keine Software-Einführung mehr gibt, werden sie sie nicht mehr brauchen. Weil die Firma dann tot ist. Außerdem sollte der Prozess die Software bestimmen und nicht andersrum. Nur mal so als Idee. Bei uns läuft es aber ganz anders. Sie haben ja gar keine Ahnung. Alles individuell. Klar. Sie sind die einzige Bäckerei, Schreinerei, Maschinenbaufirma, Marketingagentur, Glaswanne, Eisenerzmine, Räderei, Softwarebude, Automobilindustrie, Ingenieurbüro. Denken Sie sich irgendwas aus? Auf diesem wunderbaren Planeten. Und damit auch völlig unvergleichliche Projektsesse. Wir haben nicht genug Kapazitäten. Aber Sie verheizen täglich Ihre wertvollen Mitarbeiter, um zum Beispiel eine offene Postenliste nicht nur in der Buchhaltungssoftware, sondern zusätzlich in Excel zu führen? Sie lassen euch Anfragen von eurer Internetseite als E-Mail schicken, um sie dann in der Warenwirtschaft neu abzutippen? Sie haben keine Ahnung von der tatsächlichen Auslastung Ihrer Maschinen, aber bestellen eine neue CNC-Frässtation? Durchlaufzeiten von Büroprozessen sind egal, solange man noch eine einzige Sekunde Rüstzeit aus der Fertigung herausquetschen kann? Echt jetzt? Haben wir schon probiert? Das klappt nicht! Edison soll mal gesagt haben, er wüsste jetzt 10.000 Wege, wie eine Glühbirne nicht funktioniert. Wie sehr haben Sie sich wirklich bei dem Versuch bemüht? Wie oft haben Sie es probiert? Oder wann haben Sie es auch aufgegeben? Das geht nicht! Eigentlich dürfte eine Hummel nicht fliegen können, dummerweise weiß sie das nicht. Vielleicht wäre der bessere Satz, wir wissen noch nicht, wie es geht, aber wir wollen es rausfinden. Ist das mit XY abgestimmt? Ersetze XY mit dem Namen irgendeiner realen oder fiktiven Person. Sie haben richtig gehört. Irgendjemand meinte mal zu mir, ich müsste mich mit jemandem abstimmen, bevor man überhaupt irgendwas mit diesen Prozessen machen könnte. Dummerweise hatte die Person, mit der ich mich abstimmen sollte, zwei Jahre vor das Unternehmen verlassen. Wer klare Verantwortlichkeiten in seinem Unternehmen aufgebaut hat, hat weniger Abstimmeritis. Es sei denn, sie finden Besprechungen an sich total toll. Könnte ja sein. Zusammensetzen, Kaffee trinken, Kekse essen? Cool. Nichts dabei rauskommen? Auch cool. Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann bilde an den Arbeitskreis so ein viel zitiertes Stichwort. Das ist nicht Agile! Kollege, es gibt kaum ein formalisierteres und standardisierteres Vorgehen als Scrum und agiles Arbeiten. Da ist exakt festgelegt, wie viele Storypoints in einem Sprint abgearbeitet werden, wann welche Meetings stattfinden und was geliefert wird. Agile ist eben nicht planlos und chaotisch, wie die Mehrzahl der Firmen, die ich gesehen habe und sich selbst als Agile bezeichnet haben. Die hatten schlicht und ergreifend nichts im Griff und bezeichneten das als Agile. Agiles Vorgehen ist weder ständiges Firefighting oder Management bei Bauchgefühl. Aber mein Lieblingspunkt zum Schluss. Diese Prozesse engen uns ein und töten die Kreativität der Mitarbeiter. Ich bin mir jetzt als Kunde nicht so ganz sicher, ob ich statt einer Bremsleitung einen Gattenschlauch verbaut haben möchte. Ist zwar kreativer für den Mitarbeiter, aber ich habe da so meine Zweifel. Selbst Forschungsabteilungen, die bahnbrechende Innovationen zutage fördern, arbeiten strukturiert. Wer sich einmal näher mit Kreativitätstechniken wie Triss oder dem morphologischen Kästen beschäftigt hat, der weiß, wie strukturiert kreative Arbeit sein kann und auch oft sein muss, um gute Ergebnisse zu liefern. Und in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle will Ihr Kunde ein qualitativ hochwertiges Produkt. Es ist ihm eigentlich ziemlich egal, welcher Ihrer Mitarbeiter das Produkt erstellt hat. Er erwartet einen personenunabhängig stabilen Prozess. Denken Sie doch mal aus Sicht des Kunden darüber nach. Wann ist es Ihnen wirklich wichtig, ob Herr Meier oder Frau Schmidt höchstpersönlich den Lack auf Ihr Auto aufgetragen haben, vielleicht auch den Sessel eingebaut haben oder wollen Sie einfach nur, dass es cool ausschaut? Na, welche Killer-Phrasen fällen Ihnen denn ein? Schreiben Sie es mir doch mal gerne in die Kommentare, dann haben auch alle anderen was davon. Und ich plane jetzt noch Videos zum Thema Lean Leadership. Daher lohnt es sich auf jeden Fall, wenn Sie jetzt den Kanal abonnieren. Sonst verpassen Sie womöglich die Videos zu allen möglichen Themen rund um Prozessmanagement, Lean Management und kontinierliche Verbesserung. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.